Ja... Boah, Lava! Guck mal wie dünn! Guck mal, so klein ist mein Pimmel! Wir nehmen uns voll aus den Namen, ja... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Currfever und die Typen nehmen uns wahrscheinlich auseinander, weil die sind ein bisschen krass. Wir hoffen, dass wir trotzdem Punkte bekommen. Keinem aufhören zu switchen, der soll da loslegen. Jaja, komm, ja, go. Zwei Matches, wenn wir das erste total verkacken, dann möchte ich das zweite auf gar keinen Fall. Also, er hat diesmal am DIN-Raum aufgemacht, musste gar nichts bezahlen bei mir, stand jetzt gerade. Ja. Ah, jetzt bei mir, jaja, jetzt bei mir auch. Krass. Überlebt einfach nur, überlebt einfach nur. Watt ist das, watt ist das für das Charme? Oh, Gott. Bin raus. Bin raus. Ja. Ich wollte schon wissen, was das ist. Ey, der hat mich aber... Boah, guck mal wie dünn meine Linie ist. Der hat mich eiskalt da raus hier. Ja. Boah, Lava. Boah. Guck mal wie dünn. Guck mal, so klein ist mein Pimmel. Der musste sein. Wirklich, ich kann gar nü. Oh. Weißt du, der möchte ja gerade dick weg, ey. Ah, das hätte der erste Punkt sein können. Wie gut ist das? Ja, guck doch mal die Linie an, ey. Die sind gut, die sollen gut sein. Gut, stopp, sagt er. Sollen wir übertreiben? War der erste Punkt, schon mal dein Beat. Und dann nur das. Ja, ich bin raus. Aber ihr habt viel Platz normalerweise. Außer jetzt der oben. Geh grad auslassen. Ah, jetzt ist scheiße. Ich hab gedacht, der Schaffer ist. Ich will noch eine Runde, gerade war schon nicht meine Partie. Und jetzt? Hattest du überhaupt schon mal heute eine Partie? Ja, meine ich ja. Ja, mach erst die letzte, wenn wir die hoch verlieren. Ich weiß nicht, wo lang. Ich weiß nicht, wo lang. Ich poste ein Pech vor lang. Okay, einer raus bei denen. Zwei raus bei denen. Jawohl. Ja, es macht oben zu. Ja. Ach so, das war Peer. Ja, Peer, der war aber nicht gut. Nee, nee, nee. Ich hab voll auf den Blauen geguckt. So, ah, der kommt doch nicht. Ja, nice. Lars. Sag einmal, das ist nicht deine Runde. Nicht meine Runde. Warum ist denn das? Kack, Alter, mir. Na, weil, ist so, ne? Die haben da 100 pro Watt eingestellt und gecheatet. Ja, jetzt hast du ein Problem, sagst, ne? Nee, dann nicht. Scheiße, ich hab ein Problem. Boah, mein Schwanz ist wieder so dünn, ne? Alter, was soll ich denn da machen? Ja, nice. Ja, nein. Guck mal, wie klein. Den kleinen Ding hat jemand weg. Und du... Was? Was? Wie, was? Boah, ich hätt das schaffen können. Ich hätt das zurückgefallen. Hätte so viel Platz. Ja, man hätt's geschafft. Maaa. Ja, nice. Boah, der soll die Fresse halten. Der fliegt immer halt schnell raus. Weißt, der hat nichts damit was zu tun. Boah, du witz sammelt die ganze Zeit ein. Der fliegt einfach nie raus. Der fliegt einfach nie raus. Ich bin so doof. Ich hab nicht auf den geachtet. Geh da rein. Geh da oben. Ja, geh rechts lang. Nicht durch die Lücke. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Da durch. Ja. Ja. Woher hätt ich denn da? Ey, ohne Scheiß. Das ist so. Ja, ich hätt's eh nicht gewonnen. Ja, ich hätt's eh. Das war aus... Ich hab einfach so gesagt. Das hätt's eh nicht mehr geschafft. Er hätte einfach... Der hatte einfach zu viel Platz. Amazing out da rein. Kann der mal sein Beach? Das ist nur curfiger, Alter. Er rastet da voller aus, ey. Jawoll, raus. Boah. Boah, Junge. Boah, wird der dünn. Boah, Lars, was los mit dir? Boah, meiner auch. Alter, ich schief mir gar nicht mehr. Ey, das will ich auch noch gewinnen werden hier. Auf jeden Fall haben wir gewonnen. Ah ja, locker. Ich für die... Die... Die items sind richtig cool. Ohne Spaß. Na, ich bin raus. Lars war denn raus. Sehr gut. Rot bin ich. Per, 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 der ist raus. Der ist... Ich bin rot, ja. Ja, ich verwechsel euch grad verlasst. Sammler nein! Egal wer das ist. Das schafft ihr. Das schafft ihr. Das ist wieder ein Punkt. Obwohl... Ja, jetzt ist scheiße. Ja, du hast Glück. Du hast eine richtig dünne Linie. Du hast einen richtig dünnen Pimmel. Ja. Das hilft mir nicht dir. Ja. Fragen wir nicht, was ich da gemacht habe. Ich glaube, okay. Ja, Lars, dich frage ich allgemein nicht mehr. Bei dir habe ich auch noch aufgegeben für heute. Ich bin... Obwohl... Wollte ich grad sagen. Moment, läuft das besser als bei mir. Blaues raus. Blaues raus. Anderes raus. Ja, locker hier. Ja, nur noch einer. Nur noch einer. Nur noch einer. Ich kann den raushauen. Ich kann den doch nicht raushauen. Ja, aber da unten... Wir haben viel Platz. Da unten. Ich geh den holen. Ich geh den holen. Ich auch, Mann. Ah, ne. Lass dich den holen. Ich fahr hier oben eine Kreise. Ich fahr hier oben eine Kreise. Alles klar. Ey, ich mach mal mit mit Kreise fahren, gell? Ja. Ja, da hat der... Lügt nicht. Da hat der... Oh, fuck. Oh, fuck. Egal, egal. Überleb, überleb. Oh, Alter. Ja, roll. Es wär knapp geworden, du. Hör ich hier ne Kurve geschafft? Nee, hör dich nicht. Ja, war knapp, war knapp, ja. Ja. Ah, 53. Wir halten uns gut. Wir könnten uns sogar gewinnen. Ohne Spaß. Es wird jetzt nicht sagen, dass das verloren ist. Ja. Mach ich nö. Lol. Boah. Egal. Lillas raus. Gro, zieh da deine Kreise. Ich weiß nicht, wer rot ist. Zieh da einfach deine Kreise. Zieh da, mach deinen Kreis. So. Genau, Lars geht da oben lang. Wird erst mal richtig schön schmal. Zieh deine Kreise, Lars. Zieh deine Kreise. Ja, du musst so... Was? Du bist auch viel zu aggressiv. Ach, halt die Schwester. Geh mir nicht auf den Sack. Ja, du willst immer, ey, Leute raus. Obwohl, das gut, ja, das gut. Das ist gut. Mann, Kreis, Mann, Kreis. Geh da durch, geh da durch. Das schaffst du. Ah, wohl, das schaffst du nicht. Scheiße. Ah, 6-3, ey. Nicht gut. Ey, selbst wenn ich's mal bis zum Ende überlebt, ich krieg nie eine Runde fertig hier. Ohne Shit. Hast du noch nie eine Runde beendet? Glaub nicht. Also mit, mit jemandem, ja. Ist natürlich. Aber ich glaub, alleine nicht. So, theoretisch sollte da Lila nicht mehr so gut rauskommen. Ah, ich bin raus. Oh, ich hab blau raus. Komm schon, das packst du. Komm schon, Lars. Was? Viel Platz. Nein. Jawoll. Nein. Warum ist der nicht links da durchgegangen? What the fuck? Was ist denn los mit dem? Ich glaub, der hatte Wanted to Attack. Und hat der da links durchgegangen ist? Hätte der voll für Platz gehabt. Oh, okay. Unser Punkt. Kann ich mehr leben. 6-4. Jawoll, einer ist raus. Jawoll. Mach da oben zu. Ja, der hat keine Chance. Mach zu. Ja. Mach halt so zu. Fall ich halt raus, ist mir egal. Ja, per jetzt hast du ne Runde beendet. Ja, hab ich auch gesehen. Ja, der eine ist raus. Ich weiß zwar nicht warum. Ja, weil er die ganze Zeit am Schreiben ist. Ja, gell. Voll der Mongo, ey. Oh. Oh. Jawoll. Wer hat hier den dickeren, ja? Ich mach jetzt zu. Oh, der hat fliegt alles einsam. Nein, ich will nicht, ich will nicht. Komm schon, komm schon. Warum kriegt er jetzt so früh raus? Mann, was hat denn der Junge für ein Problem? Boah, guck dir das an, Alter. Oh. Junge, 6-6. Wir können halt gewinnen. Locker. Ja, stimmt. Ja, guck mal, wenn man sich mal drauf konzentriert, einfach so ein bisschen. Nein. Oi, oi, oi. Das war knapp. Das ist kein Ding mehr. Ich bin raus. 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 Jetzt. Oh, der kommt zu mir. Laus raus. Und der andere ist, der kommt, der geht oben lang, aber fuck's nicht. Sag ich doch. Jawoll, wir führen. Ja. Ah, ja, ja. Oh, der war echt knapp. Oh, der war echt knapp. Boah, ohne Wissen. Das hätte sogar klappt, wenn er gerade... Ah, der war auf jeden Fall knapp. Der kann doch sogar gewinnen und Spaß. Der kann sich aufregen, dass sie jetzt gerade voll abkacken. Ja, weißt du, und wir sind einfach ruhig geblieben, so weißt du, oder Plana? Ah, ja. Nein, nein! Ich hau den raus. Ich hau den raus. Ich lass Platz, Lars. Oder wer auch immer der Rote ist. Mach doch mal was. Der kommt da nicht lang, der kommt da nicht lang, der kommt da nicht lang. Komm, der Blaue noch. Der wird müssten jetzt. Boah, Alter, mach das denn gut. Ich würde weiter nach oben gehen sollen, das hier. Ja, ich weiß. Ja, ich wollte wieder zurück, aber hat nicht geklappt. Egal, 7-7, schaffen wir noch. Alter, wie die sich hier ohne Scheiß, die regen sich voll auf, dass wir hier... Mensch, halt immer ruhig bleiben und noch mal weiterspielen oder so, weißt du. Ich meine, es war jetzt noch nichts gewonnen und nichts verloren. Jawohl, zwei, jawohl, gewonnen. Bam, Junge, 8-7. Das war jetzt eine heiße Runde, oder? Das war jetzt ein Lach hier. War gedingend schnell, ne? Sehr schön, Mann. Vor allem, weil wir ziemlich gleich gut sind, auch vom Waiting her jetzt. Also von dem allgemein. Oh, oh, ich komme hier nicht raus. Sauber, der Lars. Ah, ihr habt beide sehr viel Platz. Also ich würde einfach nur überleben. Ich würde sagen, Per müsste da durchgehen, oben. Ja, genau, da. Nee, jetzt nicht. Könnte es auch da lang gehen, durchaus, ja. Lars könnte da seine Kreise ziehen, ja, ja, ja. Geh links lang, geh links lang, jetzt durch die Lücke links. Ja, wohl, der Verschallse. Hast du Glück? Ja, ich wollte ihn wieder eindringen, weil... Wollte ich gerade sagen, ohne, dass wir nach unten gehen, hätten wir das nicht geschafft, weil die da einfach ein bisschen mehr Platz hatten, wie wir. Ein bisschen, ne? Ein bisschen. Na, ein bisschen viel, ey. Ich wollte auch noch ein Haus malen, der Jude. 488. Ich mach zu. Lol, ist er da erst durchgegangen. Lass, ich muss ja auch noch durch. Also ich weiß nicht, wie der... Ich gehe ganz außen durch. Ich gehe ganz außen durch. Ich gehe ganz außen durch. Okay, lasst du. Pass. Wenn du da reinkommst, hast du viel Platz. Oben durch, ja. Ja, nice. Der ist raus, der Gute. Was? Bitte, was? Ja, komm, ja. Nee, der ist auf jeden Fall berührt, ey. Kannst du mir sagen, was du willst? Ah, scheiße. Das ist da einfach deine Kreise weiterziehen. Aber guck mal, der hat sich voll berührt. Bist du ja da durchgekommen? Jetzt mal ganz ohne Spaß. Ohne Witz, der hat es berührt. Das sieht man ganz klar. Bist du ja da durchgekommen? Ey, der soll die Fresse halten. Uh, deine Oma, Junge. Nee, aber echt, echt. Ohne Scheiße, man. Manchmal kriegt man raus und macht die Linie fast gar nicht berührt, aber das war gerade hundertprozentig berührt, man. Jawohl, blau draußen. Einer ist auch draußen, ich bin auch draußen, aber ich meine, der ist auch draußen. Lass sie da unten, deine Kreise ist, okay. Ich bin draußen. Sie da unten, deine Kreise, lass sie da unten. Oh, was? Bin ich gut, oder was? Geh da unten lang, geh da unten lang. Jawohl, nee, geh nicht. Ja, da war ich überfordert. Ja, du hättest da außen lang gehen können, der Netz hat geschafft. Hätt geklappt dann, aber egal. Fuck, ey. Oh, fuck, die haben gewonnen. Ja, die haben gewonnen. Ey, scheiße, die haben gewonnen, aber komm, ey, acht, acht, acht. War aber okay. Dafür, dass die Rang 64 sind, war relativ gut. Ja, ich möchte auf... Bitte? 64 vom Clan-Ranking, oder was? Die waren 64 da, ja. Ah ja, komm, Alter, voll gut. Ja, ich denke mal, dass die da eintragen werden. Die wollen Rematch. Ich denke mal, werden wir da morgen in der Folge sehen. Bis morgen. Ciao. Ciao. Bis. Tschüss. Bis heute.